Ja, ich habe Ihnen ja jetzt versprochen, dass ich Ihnen sage, wie diese riesigen Summen an Geld, die nötig sind, um den Kohlestopp 26 zu finanzieren. Die Kohlekraftwerke müssen entschädigt werden, die Mitarbeiter müssen in neue Jobs gebracht werden. Alles viel Geld, alles teuer. Wie die Professoren das generieren wollen, die ehemalige Bundesministerin. Zum Beispiel Gesundheitsraum. Stellen Sie sich vor, da vorne wäre jetzt Ihr Hausarzt, mein Hausarzt. Der würde mir spaßmachende kostenlose Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten, so eine Art Gesundheitsgemeinde, so einen Health Club, so einen richtigen Fitness Club und Health Club anbieten. Alles kostenlos. Und wenn ich nie krank werde, kriegt er für mich jeden Monat, den ich nicht krank bringe, kriegt er eine schöne Prämie, sodass er eigentlich das meiste Geld verdient, wenn ich nie krank werde. Dadurch sparen wir jedes Jahr 70 Milliarden Euro ein, müssen die Pharmaindustrie ein bisschen entschädigen, die wird weniger Medikamente verkaufen, wenn wir selten erkrank werden, müssen denen helfen, eine Transformation für den deutschen Markt zu schaffen. Wir dürfen die nicht allein lassen, sonst schicken die uns die Lobbyisten und blockieren. Wir dürfen sie nicht schädigen, sondern nur transformieren. Und dann mit diesen 70 Milliarden pro Jahr zum Beispiel, das war jetzt eine von 20 Reformen, eine Reform bringt schon mal 70 Milliarden jedes Jahr. Und wenn wir dann 60 Milliarden rüber tun ins Klima, haben wir schon drei, vier Kohlekraftwerke stillgelegt und mit erneuerbaren Energien und allem. Was halten Sie von diesem grundsätzlichen Plan? Also von dem grundsätzlichen Plan, das finde ich ganz gut. Aber wie Sie schon gesagt haben, man muss das Ganze betrachten und es ist auch, glaube ich, nicht so einfach, das alles umzusetzen. Aber wenn man schon anfängt, den Grundgedanken einzusetzen und schon mal guckt, was kann man machen, dann finde ich das eigentlich ganz gut. Aber das Ganze zusammen ist halt eine schwere Sache, finde ich. Aber ja, daran haben die Professoren 51 Jahre geforscht und entwickelt. Das ist schwierig, weil das technisch total kompliziert ist. Wie errechnen wir mit welchem das Statistische Bundes- und Wahllamt Wiesbaden? Wie rechnet das aus, ob ich jetzt, ob ein Arzt zum Beispiel im Durchschnitt seine Versicherten eher deren Gesundheit fördert oder weniger fördert? Wie rechnet man das aus und so weiter? Das ist kompliziert, das gebe ich zu. Aber es ist die einzige Möglichkeit, denn im Moment ist es so, dass die Profite ausgeschüttet werden, wenn die Umwelt vergiftet wird, die Umwelt zerstört wird und wir alle kränker werden. Also und jetzt stellen Sie sich vor, hier stände jetzt Greta Thunberg und da wäre jetzt der WDR, der gerade da war und die Kölner Stadtanzeige steht da hinten. Und all die Medien würden sagen, und Greta würde nur einen Satz sagen, liebe Medien, wir müssen ab heute diskutieren, ob der Klimawirtschaftswunderplan, der zweiten Scientist for Future, unser Durchbruch ist für alle und die weltweite Lösung ist oder ob es nicht ist. Und dann würde es losgehen. Dann würden wir alle diskutieren, drei Wochen lang, jede Talkshow wäre voll mit. Also das wäre der realpolitische Weg und der könnte funktionieren. Ja, was halten Sie von diesem gesamtrealpolitischen Weg insgesamt zum Schluss? Also ich finde den Weg eigentlich ganz gut, dass man sagt, man diskutiert darüber, man versucht Lösungen zu schaffen, dass man einen gemeinsamen Weg sagt, dass, sage ich mal, alle Umwelt, die dafür sind, die Umwelt zu schonen, mit den Politikern und den ganzen zusammen einen Weg finden, dass man sagt, wir haben uns geeinigt, so kann man es machen, so sind alle zufrieden und so kann man die Umwelt schonen. Das fände ich am besten. Das wäre der realpolitische Kompromiss. Das Problem ist nämlich, dass manche von einer Revolution träumen, das würde bedeuten gegeneinander, viel Streit, viel Kampf, viel Krieg, dass wir, die Professoren sagen, wir müssen alle mitnehmen. Wir müssen, wir können dieses Wirtschaftswunder erzeugen, wir können alle entschädigen, wir können alle mitnehmen, sanft. Und trotzdem ist es am Ende revolutionär, weil es ja ein Riesenunterschied ist, dass die Pharmaindustrie nicht mehr an tablettensüchtigen Geld verdient, sondern an gesunden dann in Zukunft, also ein Gesundheitsförderungskonzern wird und völlig neu denken muss. Das ist schon revolutionär, aber das ist doch an sich eine gute Idee. Ja, es ist eigentlich eine sehr gute Idee, weil man so einfach die Umwelt halt besser fördern kann und ich finde es auch gut, dass man das Geld, was man einspart, dann in die Kohlekraftwerke steckt und dann sagt, die macht man zu. Aber dann andere Sachen halt, durch andere Sachen das Geld halt holt und jetzt nicht einfach. Sogar die Lebensmittelindustrie, den Lebensmittelhandel kriegen wir dazu, dass wir die unsere Böden wieder entgiften und giftstofffrei anbauen und so weiter. Weil nämlich auch dort wird dann gemessen werden, wie sich ich als Kunde, der regelmäßig bei einem bestimmten Alnatura- oder Rewe-Markt einkauft mit einer Karte, wird ausgewertet, ob die Leute sich dort gesünder entwickeln oder nicht. Und dann ist es so, dass der Händler sagt, ich mache nur noch Profit, richtig Profit, wenn meine Kunden gar nicht mehr krank werden. Also muss ich jetzt meine Anbau, meine Lieferanten müssen alles ändern, müssen die Umwelt entgiften, die Böden reinigen und so weiter. Wir kriegen also Umweltreparatur auf diesem Weg. Das ist so als letzter Gedanke dieses Konzeptes. Leuchtet auch das ein, dass man die Wirtschaft mit Prämien und mit Gewinnzuschlägen dazu bringt, die Umwelt wieder zu reparieren? Ja, also das finde ich auch ganz gut, weil die wollen ja einfach nur Geld verdienen. Und das finde ich gut, dass man sagt, komm, wenn wir jetzt ihnen Prämien geben, dafür gucken sie, dass ihr Boden nicht mehr so geschädigt wird. Also finde ich eine gute Sache. Ja, man wird zwar vielleicht viel Geld in die Hand nehmen müssen, aber wenn man dafür die Umwelt sauberer machen kann, ist das ein guter Gedanke. Das finde ich sehr gut. Gesündere Menschen, die selten erkrankt werden, sparen uns viel Geld und das Geld nehmen wir für die Prämien, um die zu belohnen, die jetzt in Zukunft Gesundheit produzieren. Ja, genau, das finde ich sehr gut. Also ich bin auf jeden Fall auf der Seite und ich bin auf jeden Fall dabei. Alles klar, ich danke dir und alles.